hallo und herzlich willkommen heute wollen wir uns mit dem kubotan beschäftigen ja einem schlüsselanhänger einer hieb und stoßwaffe oder einfach nur werkzeug ja wofür wurde der kubotan konzipiert häufig wird er als schlüsselanhänger angeboten ich persönlich halte davon allerdings nichts denn wenn ich jemand schlüssel so dran habe und dann das damit ausführe was damit gemacht werden soll also durch hieb und stoß oder durch hebeln mich zu verteidigen dann schlage ich mir die schlüssel immer gegen die hand ja und das ist völlig unpraktisch beziehungsweise besteht auch noch die gefahr dass hier einer meiner wichtigen schlüssel in so einer situation dann verschwindet sich ablöst und ich diesen verliere des weiteren kann ich natürlich so ein großes gerät als schlüsselanhänger die mich vielleicht in der tasche trage nicht empfehlen da werden die hosentaschen beziehungsweise die jackentaschen sehr schnell leiden natürlich ist der kubotan wenn ich ihn in der hand habe sehr gut geeignet um zu hebeln um damit eben zu stoßen um mich damit zu verteidigen besser als gar nichts und deswegen kann ich natürlich ein kubotan für solche aktionen befürworten insbesondere um eine körperliche kraft zu unterstützen und es ist natürlich kein zauber werkzeug wenn ich damit nicht geübt habe wenn ich damit nicht trainiert habe werde ich damit natürlich auch nicht viel ausrichten aber wie gesagt besser als gar nichts so natürlich hat auch ein einfaches taschenmesser diese eigenschaften dass ich damit wenn ich es richtig halte nicht trainiert habe damit genauso gut zustoßen kann also hier als hieb und stoß werkzeug dass ich dieses einsetzen kann allerdings natürlich noch mit dem vorteil dass mein taschenmesser eine klinge hat und ihr wisst natürlich dass man mit der klinge noch weitere sachen machen kann ich denke die brauche ich hier nicht weiter erläutern und somit habe ich hier natürlich ein hieb und stoß werkzeug was ich einsetzen kann genau wie ein kubotan zusätzlich allerdings mit einer klinge beides sind als schlüsselanhänger völlig ungeeignet nach meiner auffassung und so bevorzuge ich immer noch ein einfaches taschenmesser aber besseren kubotan als gar nichts dazu kann ich ja auch ein schraubendreher nehmen und eine nagelschere in einem kampf wo ich körperlich unterlegen bin und ihr unterstützung durch werkzeug holen kann ist es immer besser etwas in der hand zu haben als gar nichts noch einmal zu der einstufung des kubotans laut dem feststellungs bescheid des bka auf antrag des lk a hamburg wurde festgestellt dass der kubotan keine heb- und stoßwaffe ist entgegen einiger berichte also hier noch mal ganz klar feststellungsbescheid kann sich jeder im internet runterladen und nachgucken und es ist keine heb- und stoßwaffe die eigenschaften boden hier verneint genauso wie ein taschenmesser keine heb- und stoßwaffe ist jedenfalls so einzeln wie dieses was ich eben mit der entriegeln muss was ich erst öffnen muss und vielleicht sogar mit einer weiteren hand hier verriegeln kann so das war alles zum kubotan heute ein kurzes video ich hoffe es war trotzdem informativ für euch und wenn ihr lust habt schaut mal rein ihr könnt mir in die kommentare schreiben wie ihr das seht bis dahin schau